Mittelfeldspieler Dani Ceballos von Real Madrid hat seinen ehemaligen Trainer Zinedine Zidane dafür kritisiert, ihn selbst dann nicht eingesetzt zu haben, als direkte Konkurrenten verletzt ausfielen, erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. In der vergangenen Saison war ich wegen Zidane sehr frustriert, sagte der 22-Jährige im Interview mit der Marka. Als Modric und Kroos beide verletzt waren, hat er lieber sein System geändert, als anderen Spielern eine Chance zu geben. Es brennt auf der Seele und tut weh. Nur zwölf Einsätze für Dani Ceballos in der abgelaufenen La Liga-Saison. So er habe sehr hart gearbeitet und trotzdem so gut wie nie gespielt, so Ceballos weiter, wenn die Wochen vergehen, und du dich unwichtig fühlst, dann ist das sehr schwer. Auf die Frage, warum er keine Chance bekäme, habe Zidane geantwortet. Es gebe Spieler, die vor ihm stünden. Ceballos kam in der vergangenen Spielzeit nur zwölfmal in La Liga zum Einsatz, obwohl die Königlichen immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hatten. Unter Zidane-Nachfolger Juen Lupetegui spielte er dagegen bei drei von bisher vier Pflichtspielen, mehr zu Dani Ceballos, Zinedine Zidane und Real Madrid.